So, so, so YouTube, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Work and Resources. Ja, wie ihr hoffentlich alle schon geguckt habt und mitbekommen habt, sind wir mitten in unserer Stadt und wir haben uns entschlossen weiter zu forschen, denn wir haben gerade die geologische Karte freigeschaltet und ich würde sagen, wir gehen diesmal auf Beton. Was brauchen wir denn für Beton? Studie zu Beton. Dann machen wir mal die Studie zu Beton, ich brauche 800 Arbeitstage. Und hier unten, wir können uns jetzt Kohle, Eisen und Öl anzeigen lassen. Leider sieht man das immer nicht hier, es ist wirklich nur auf der Karte. Aber wir wissen ja, wo wir die Ressourcen verteilt haben, nicht? Eisen haben wir da hingepackt und hier oben, ja, Kohle da, da, Eisen da, da und Öl haben wir uns hier in Fake gemacht. Äh, ja, das Feld außerhalb ist automatisch generiert und die anderen, die sind nicht von mir. Aber die gibt's halt auch noch. Und haben ist besser als brauchen. Lassen wir sie also forschen. Ich hab hier geplant, äh, das große Krankenhaus, nicht wahr? Und stimmt, ne Bar, die letzte Bar ist hier hinten, hier fehlt auch ne Bar. Gleich machen wir das Krankenhaus eher nach rechts und daneben ne Bar, passt das? Oder hier die Bar ist ja eigentlich auch egal, oder? Dann ist die mittiger. Aber alle Bars sind zu weit. Wir, äh, sind zu, sind zu seit wir verloren haben. Achso, okay, wir haben verloren. Ja, das sind Sachen, die ich nicht weiß. Anscheinend in der EM haben wir verloren. Als Nicht-Fußball-Gucker krieg ich sowas auch nicht mit. Äh, wir könnten hier halt, das Didi-Kaffee, das hatten wir. Das schafft 70 Leute. Vielleicht hier so ne, ich schaff da nur. Ja, weniger. Vielleicht so ne schöne Kneipe. 48, ne 70, 56. Oder wir nehmen mal, ähm, nicht ne, achso, das ist Kneipe. Das ist die riesige. Die ist ein bisschen zu groß. Es gibt noch diesen Summer Pub, habe ich runtergeladen. Der kann aber nur eine Tonne Alkohol haben. Das ist ein bisschen blöd. Ähm, oder wir nehmen doch ein, ähm, Restaurant. Das könnte man ja auch machen. Aber das hat nur Fleisch. Ah, okay. Ich dachte, ein Restaurant hat vielleicht auch Alkohol. Aber warum nicht? Äh, Kneipe, Kneipe. 180 ist auch ein bisschen sehr viel, ne? Wobei, vielleicht auch gegenüber. Dann können sie direkt von dort weggetragen werden, vielleicht. So, an der Hauptstraße, direkt am Bahnhof, ist ja eigentlich ganz cool. Ja, machen wir, würde ich sagen. Oh, die Wege wieder vorplanen. Zacki, zocki. Und dann sollten alle überall wunderbar rankommen können. Äh, hier ist auch. Ja, so. Klons, klons, klons. Ah, wollten wir vor dem Krankenhaus noch lang mit dem Weg? Eigentlich ja, oder? Hm. Okay, dann müssen wir da nochmal kurz Abstand gewinnen, würde ich sagen. Ja, so dürfte reichen. Wir müssen ja auch nicht übertreiben mit den, mit den Abständen. Und hier, die, mit den Wegnoten nicht, das macht mich auch einfach irre. Weiß nicht, ob man da wirklich jetzt immer wieder noch drauf achten möchte, dass das halt gerade wird. Das ist halt schon sehr, sehr lästig. Kneipe gleich hinterm Krankenhaus. Warum nicht? Das verkürzt die Versorgungswege. Ja, eben. Die Ärzte freut's. So, okay, reicht mir. Krankenhaus, wunderbar. Und jetzt wieder den Weg nochmal. Dann geht nur ein bisschen schräg. Was soll ich machen? Ich kann's nicht ändern. Und wir haben uns für dieses Layout diesmal entschieden. Vielleicht machen wir beim nächsten Mal ein anderes Stadtlayout, nicht wahr? Aber jetzt erstmal bleiben wir einheitlich bei, bei dieser Planung. Mit den Laufwegen daneben. Ich finde das eigentlich ganz praktisch. Es funktioniert halt sehr, sehr gut. Ähm. Aber es sieht halt nicht natürlich aus, nicht? Es sieht sehr... ...starr aus. Nennen wir es starr. Wir haben auf jeden Fall die letzten Let's Plays wesentlich dynamischer und agiler die Städte gebaut. Ähm. Aber dafür sind wir auch gescheitert. Aber was auf jeden Fall funktioniert ist, keine Kreuzung zu haben. Meine Empfehlung an euch alle. Also ohne Kreuzung geht das hier super, nicht? Immer lieber eine T-Kreuzung nebeneinander. Und, ja gut, vielleicht nicht eine Busstation mit einem sehr kleinen Abfahrt- und Anfahrtweg. Das wäre vielleicht auch noch eine clevere Sache. Die man hätte sich überlegen können. Aber gut, nicht wahr? Äh, apropos gut. Äh, wo sind sie? Da, wir haben die LKW gekauft und nichts mit denen gemacht. Die stehen da rum und verrotten. Die müssen doch ihren... Äh... Ihren Einkaufspreis wieder rauskriegen. So. Warten bis voll. Entlade. Und, äh, starte, würde ich sagen. Und damit haben wir unsere erste... Treibstoffroute. Und das sollte nochmal richtig Wumms auf unseren Geld geben. Man braucht den Alkohol auch zum Desinfizieren und Betäuben. Ja, siehste. Ist ja eine Doppel-Win-Win-Situation. Okay. Achso, Müllplatz brauchen die auf jeden Fall. Das vergesse ich gerne. Den könnten wir dann vielleicht hier hinten... Ah, ganz knapp reicht's nicht. Oder... Oh, oder den Müllplatz auf die Seite. Hier hinten, wo eh nix mehr hin kann. Das ist natürlich clever. Dann sind zumindest die Sachen hier, die... in dem Kreis sind mit angeschlossen. Das ist doch perfekt. Aber jetzt dürften auch die Gebäude da hinten an dem Müllplatz angeschlossen sein. Da können wir mal ins Overlay gehen. Gucken und sehen. Alle sind grün inzwischen. Die sind nicht grün. Oh. Hier hängt nicht an diesem oder diesem Müllplatz mit dran. Ah. Aber warum hängt der dran? Weil der Weg zu weit weg ist schon. Das ist klar. Hier sind schon 120 Meter. Ist krass, weil der nach vorne rum geht. Ah, weil hier kein Weg nach unten ist. Ah. Ja, Müllplätze haben nicht so ne... Ah gut. Für ein einzelnes Gebäude baue ich keinen Müllplatz. Das lohnt nicht. Dann kann die Müllabfuhr auch so da hinfahren. Vielleicht bauen wir für die beiden hier hinten einen kleinen Müllplatz. Irgendwann mal mal gucken. Die beiden haben auch keins. Aber ja. Wir können auch noch ein paar Müllfahrzeuge holen. Aber wir sehen, die stehen teilweise einfach nur rum. Da ist also auch nix zu tun. In den Fabriken ist langsam ein bisschen mehr los. Korn geht noch rein. Stoff liegt auf Halde. Und deswegen Kleidung ist ja plus minus null. Aber diesen Monat schon ordentlich 65.000 eingenommen. Sehr gut. Und wir können mal die Bilanz uns angucken. Haben wir lange nicht gemacht. Ähm. Die Bilanz vom letzten Jahr zum Beispiel. Wir haben 917.000 plus gemacht. Boah. Wir können mal gucken mit was. Mit Kleidung haben wir 1,6 Millionen eingenommen. Mit Stoff 739.000. Mit Öl 687.000. Okay. Mit Bauschutt 4. Sehr wichtig. Klein aber fein. Sehr wichtig. Mit gemischtem Müll. Ein bisschen mehr. Und Sondermüll wird inzwischen ein Problem. Also langsam kann man darüber nachdenken. Ob man nicht eine Müllverbrennung. Ähm. Für Sondermüll. Oder eine Reinigung für Sondermüll. Erforscht. Wenn wir jetzt mal ein Jahr zurück gucken. Noch. Da haben wir. 930.000 plus gemacht. Weil wir weniger Ausgaben hatten. Nicht. Ne. Auch nicht. Ah. Weil wir weniger Fahrzeuge gekauft haben. Alles klar. Und davor 65.000. 96.000. 381.000. Minus. Minus. Mal 136.000. Minus 200.000. Minus eine Million. Nicht. Die Anfänge. Aber jetzt sind wir. Glaube ich. Auf einem guten Weg. Eine Million plus. Und im aktuellen Jahr. Haben wir 222.000. Schon plus. Äh. Ja. Der Stromimport müsste ja eigentlich auch. Stark gesunken sein. Ähm. Weil wir müssten ja jetzt hier die drei Sturmdinger haben. Produzieren nix. Warum? Weil die keinen Wind haben oder weil wir nix brauchen? Ich würde mal hier nur 10% einkaufen. Wir kriegen aber auch kein Stromproblem gerade. Wir können mal auf dieses Overlay gucken. Ähm. Leistung. Drei Kilometer. Dann sehen wir alles. Die nehmen halt wenig ab. Und dann Spannung. Ist halt auch überall okay. Wasserdruck. Können wir uns auch angucken. Da wo wir große Rohre haben. Ist der Druck auch groß. Bei kleinen Rohren klein. Oder wo keine Abnehmer sind. Auch gar nicht vorhanden. Also Wasser funktioniert inzwischen richtig gut. Wasserflow ist auch vorhanden. Abwasser. Ist auch vorhanden. Freie Wohnungen. Eine. Ein Student ist frei. Hier ist eine frei. Hier sind noch. Einige frei. Okay. Immer noch so 30 freie Wohnungen haben wir. Das ist gut. Müll. Hier ist ein bisschen voller. Ansonsten aber auch. Glaube ich. Sieht alles ganz gut aus. Abnutzung der Gebäude. Oho. Das muss hier saniert werden. Das Gerichtsgebäude. Nei Fahrzeuge Typen verfügbar. Wunderbar. Oh. Und die Bar ist fertig. Da müssen gar nicht so viele Leute rein. Zum Arbeiten. Sagen wir mal. Acht. Äh. Ja. Die brauchen Alkohol. Und. Haben die Wasseranschluss. Ne. Die haben nämlich keinen Wasseranschluss. Die haben aber Abwasser. Aber kein Wasser. Und kein Strom. Das heißt. Das wäre eh ein Problem. Ähm. Um das wir uns hierhin kümmern müssen. Abwasser kein Thema. Nicht. Hier ist ein Verteiler. Wasser aber ein Thema. So. Das Wasser. Würde hier. Ankommen. Oder da. Dann würde ich sagen. Hier. Machen wir das. Genau daneben. Weil. Was sollen wir sonst hier hinten hinbauen. Genau dafür ist es gedacht. Und ein dickes Rohr. Oh. Das geht nicht. Weil da. Dann. 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 Das Stromkabel zu hoch kommt. Das ist genau der Winkel. Der nicht mehr geht. Okay. Dann müssen wir es doch da hinsetzen. Das geht nämlich eher. Nicht gut. Nicht gut. Und. Dann brauchen wir hier den. Den Wasserverteiler. Wo ist der letzte? Der letzte. ist hier. Das heißt, wenn wir hier einen bauen, ist es gut. Also dieses Zwischenspeichern, das kommt mir auch so vor, als ob das manchmal einfach random kommt. So, und jetzt brauchen wir hier noch einen Weg. So, genau. Dann haben wir auf jeden Fall eine Wasserversorgung. Wir können von hier auch weiter mit Wasser hausieren gehen. Und jetzt brauchen wir Abwasser. Abwasser auch immer wichtig. Eigentlich müsste ich direkt da ran. Oh, da fehlt... Ah, nee, da ist ja eine Pumpe. Ah, hier kommen wir nämlich sonst nicht rum. Da könnte ich keine Pumpen mehr hinmachen. Der soll eher da hin und hier müsste einer irgendwo hin. Vielleicht so einfach hier hinter. Ja, machen wir es einfach hier hinter. Die Leute hinter der Bar nicht. Die kotzen da eh hin. Das stinkt sowieso. Dann können wir auch hier sowas hin pflanzen. So, diesmal habe ich auch hoffentlich die Richtung beachtet. Ich habe nur nicht den Abstand richtig berechnet. Spiegeln. Denn Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der betrunken dem ganzen Land? Ich bin es nicht. Ich habe heute gar nichts getrunken. Mein Becher ist nur voller Energy. Und. Oh, das passt hier zwischen. Das ist gut. Zack. Wunderbar. Da haben wir Strom, äh, Abwasser und Wasser. Jetzt fehlt nur noch Strom, wollte ich sagen. Das kriegen wir aber auch noch hin. Vielleicht können wir hier hinten so einen kleinen Stromkasten noch so zwischenkriegen. Kriegen wir. Und dann muss der eine Leitung kriegen. Die werden inzwischen auch, glaube ich, zu lang. vielleicht brauchen wir da auch noch mal ein anderes Konzept. So, neun Meter und neun Meter. Ja, ich glaube, das ist das maximale, wo wir hingehen werden von dem Verteiler. Der ist eh fast voll. Ähm, dass wir dann hier mit dem Strom weiter müssen. Hier oder da lang. Wobei, hier habe ich gar keinen Strom hingezogen in der Mitte, nicht wahr? Ah. Der Strom geht diesmal da außen lang oder hier direkt rein. Oder halt auf der Seite. Eigentlich ganz praktisch. Aber jetzt, wenn wir hier uns weiter expandieren, brauchen wir auf jeden Fall auch hier einen neuen Starkstromanschluss. Der Verteiler, wie gesagt, ist auch irgendwann hier an seiner Grenze. Ich glaube, die ist noch nicht erreicht, aber man muss ja das nicht ausreizen und im letzten Moment reagieren. Im realistischen Modus kann das übel enden. So. Augen sagen langsam gute Nacht. Was sagt denn unser Treibstoff? Oh. Immer noch zu viel. Obwohl die Autos hier fahren. Eine Ladung. Treibstoff ist aber auch nur 3700 wert. Obwohl es 16 Tonnen sind. Aber wir können mal gucken, wie viel uns das bis jetzt eingebracht hat. Ich importe, exporte. Aktuelles Jahr. 44.000 immerhin schon der Treibstoff. Und das dürfte aber auch nachhaltig, wenn wir auf den Preis hier gucken. Also erstmal vom Öl. Wie hat sich der Ölpreis entwickelt? Eigentlich gut. Er geht nach oben. Das ist für uns perfekt. Und der Treibstoffpreis auch. Das ist für uns auch perfekt. Das Blöde ist nur, wir verkaufen ihn ein bisschen billiger. Kaufen ihn ein bisschen teurer ein. Und ein Gebäude brennt. Oh no. Ah ja, das Gebäude kann brennen. Da sollten die eigentlich hinkommen. Von da nach da. Das sollte kein Thema sein. Apropos kein Thema. Vielleicht brauchen wir mal ein neues Feuerwehrauto. Weil das eine ist doch sehr, sehr langsam, glaube ich. Sorry, Feuerwehrauto. Das wäre jetzt so ein Kandidat zum Verschrotten. Oder der kommt in eine andere kleine Feuerwehrwache. Und die Betonforschung ist fertig. Stufe 1. Dann würde ich die Plattenbauten erforschen. Und ich glaube, wir könnten auch mal die medizinische Universität bauen. Einfach und vielleicht die große Uni. Einfach damit wir das haben. Und das Studentenwohnheim, das gefällt mir hier nicht, weil es zu weit reinragt. Das wollten wir auch noch mal ein anderes bauen. Und da würde ich auch noch mal eins vorsehen. Einfach damit wir jetzt mehr Studenten kriegen und vielleicht bessere Arbeitskräfte dadurch. Wir müssen die Gebäude ja nicht unbedingt nutzen. Eisenhaus, Technische Universität. Hier. Studentenwohnheim, das Ding, das war das Längliche. Das könnten wir zum Beispiel hier hinter bauen. und dann könnte da noch die Schiene vorbei. Und ja theoretisch irgendwie, nee, nee, nee. Okay, wir bauen es andersrum. das so hin und das andere nicht an die Straße, weil die müssen ja alle hier hin, dann wäre es ja besser, wenn die hier raus können. So, dann müssen wir nämlich auch nicht auf die Wege so achten, dass die vielleicht nicht passen oder so. Es ist nur die Frage, ja, das hier könnte ein Problem werden. Wenn ich den Weg hier durchziehe, dann können die da beide nicht ran, weil es zu kurze Wege sind. Okay, bei dir geht es und bei dir auch. Okay, ich habe nichts gesagt, das geht. noch mal kurz weg. Okay, das wird wieder besser, wenn wir das aus Dings bauen. Alles klar. Aber die können da nicht ran. Da könnten sie, aber hier nicht. Eine andere Impfbarstruktur ist im Weg. Welche? Ah, die Ecke von dem Ding. Ah, da ist die Ecke vom Haus im Weg. Ist ja blöd. Aber lustigerweise so geht es doch. Das heißt, welche Infrastruktur ist denn hier im Weg? Das eigene Haus, glaube ich. Nee, auch nicht. Hä? Okay, wenn ich es manuell in zwei Teilen mache, geht es. Ich glaube, dann haben die nämlich superkurze Laufwege. Ja. Weil das einfach für Stadtbild ganz cool, wenn die Uni fertig ist. Endlich mal diese Langzeitbaustellen da wegbekommen. Und unsere erste Brücke steht. Bam, 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 bam. Ist jetzt nicht die hübscheste, aber zweckdienlich. Wasser kommt hier hinten an. Sehr gut. Alkohol kommt da hinten nur nicht an. Da müssen wir uns einmal drum kümmern. Da brauchen wir eine abgedeckte Ladefläche. Gesamtkapazität. brauchen wir nicht so einen großen. Da würde ich auch so einen kleinen nehmen. Hier zum Beispiel. 5,8 Tonnen, 5,1 Tonnen. Der fährt 95, der 60. Dann würde ich eher sagen, dann holen wir den ganz normalen kleinen LKW. Der schafft das schon. Irgendwas wollte ich gerade machen. Alkohol da hinbringen. Ich richte den ein blablabla kein Strom kein Alkohol und danke für den Follow Susan Gamer. Hallihallo. Ah, genau, ich wollte bei der Feuerwehr. Hahaha. Autos kaufen. Stufe 26, das haben wir ja schon. Gibt es ein besseres? 23, 20, 20, 20, 19, 17, 4, 4. Okay, es gibt kein besseres Fahrzeug. Ja, dann behalten wir den erstmal. Gut, du darfst zurück. Dachte, es gibt inzwischen bessere Fahrzeuge. 1976 und noch immer kein besseres Feuerwehrauto. Wild. Okay, jetzt kaufen wir uns den Alkohol und bringen den Alkohol dahin und starten. Ah, und der muss hin und her fahren, bis wir ein Distributionsbüro haben. Und dann sind die Leute hier hoffentlich wegen sie glücklich. Müllplatz haben wir auch, auch funktional. Wasser ist funktional. Abwasser. Ah, Abwasser natürlich nicht, weil kein Weg. Aber ich vielleicht ein bisschen vergessen. Nein, das war natürlich Absicht. Ich wollte gucken, ob ihr noch aufpasst und anwesend seid. Okay, und damit die nicht immer da rüber laufen müssen, können wir denen doch hier direkten Anschluss an die Bar geben, oder? Müssen die nicht immer über den Bahnhof rumlatschen, dann haben die ihren eigenen Anschluss. Ah, hier, machen sie wieder Party. Die W50 Tanker und Spritzenwagen fahren ja bei uns auch schon seit 60 Jahren und sind auf dem Land nicht wegzudenken. Der neue Schrott kommt ja in keinen Wald mehr rein. Das ist vor allem bleiben die wahrscheinlich auch noch eher stecken, weil die gar nicht für sowas ausgelegt sind. Man muss auch sagen, das ist generell ein Problem, nicht? Heutzutage wird alles immer für Städter gedacht macht und entwickelt, sei es Politik, sei es Fahrzeuge, sei es irgendwas. Und selbst dann fragt man sich, warum werden SUVs für Städte entwickelt, wo es nur keine Parkplätze gibt. Da hast du einmal dahingestellt, aber dass der Großteil der Bevölkerung eigentlich auf dem Land lebt, wird immer total außer Acht gelassen. Sehr, sehr merkwürdig, aber hier laufen aber auch echt schon Leute. Die laufen den Weg hier, könnten den mal netter Weise den Weg dann schön machen. Dann haben die jetzt erstmal einen kleinen Umweg natürlich in Kauf zu nehmen. Aber da wir die Gebäude ja jetzt hier fix haben, können wir auch die Wege ja mal fixieren, nicht wahr? Also ändern werden die sich eh nicht mehr. jetzt wo die Gebäude feststehen. Ich meine, das wird auch nochmal Wohnungen schaffen, wenn die hier hinziehen können. Dann werden die von da hinten hier hinziehen zum Beispiel. Völkerwanderung. Sieht so aus manchmal. Also es ist schon echt wuselig, Und das wirklich auch jeder Einwohner nicht wie in City Skylines so haha mal die zwei die du beobachtest die sind starr sondern die sind wirklich alle individuell nicht also kannst jeden wirklich hier und beobachten wie viel hat er gegessen wie viel hat er Alkohol getrunken oh hier trinkt wie welche Schulbildung hat sie Elektronik besitzt sie wie viel welche Vorlieben nicht kriminell hat 100% frische Kleidung an 100% Sport aber keine Religion also geht sie jetzt wahrscheinlich in die Kirche geht von Wohnung zu Waisenhaus oh sie arbeitet im Waisenhaus ist 52 Lebenserwartung nach aktueller Gesundheitslage 86 Produktivität 105% ist super zufrieden und das wirkt sich dann auch auf die Waisenhauskinder aus weil die dann 2% weniger Kriminalität haben da können wir auch mal gucken Kriminalität Kriminalitätsrate was ist denn so passiert nicht aufgeklärte Straftaten haben wir keine wunderbar leichte Straftaten oh doch schon schon ein paar obwohl ich zwei Polizeireviere hier hab na gut na gut mittlere Straftaten ah 1 4 5 6 7 8 9 10 hält sich in Grenzen und wie geschwere schwere Straftaten wollte erst Morde sagen und dann schwere gleichzeitig rausgekommen 1 2 3 4 das geht ja voll klar oh oh jetzt kommt's drauf an sind hier Arbeitskräfte ja nein scheiße ist der Bus unterwegs ja oder nein da ist er drei Arbeiter oh oh das wird nicht klappen das wird abfackeln weil das Feuerwehrauto ist da aber halt keine Arbeiter wir könnten warte mal diesen Gelenkbus aber ich kann den nicht mehr umleiten rechtzeitig oder das wird Feuer abfackeln ja das ist abgefackelt gut das muss wieder aufgebaut werden das ist halt so wir haben ja ein Abrissbüro dann ist es halt so man kann sich nicht um alles kümmern wir könnten auch mal einen zweiten Bus einsetzen der da vielleicht hinfährt aber ja Quark gut wir können den Gelenkbus hier Feuerwehren hinfahren lassen das Problem ist das Feuerwehrauto ist mit explodiert weil kein Feuerwehrmann da war bitte was oh nein au macht macht aber Sinn aber wie ist es überhaupt rausgefahren okay wir kaufen ein neues Feuerwehrauto ich kaufe ich kaufe zwei davon jetzt 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 wird natürlich erstmal kein Bitumen hergestellt aber der kann hier zwischen lagern wir müssen eh mal gucken Bitumen können wir auch exportieren und wir müssen irgendwas mit dem Treibstoff halt machen wir müssen den irgendwo hier hinkriegen ich wäre halt nicht so viel Autoverkehr gut aber wir wollten eine Autobahn hier lang fahren lassen nicht an den schienen oh ihr habt auch nichts mehr gesagt warte aber gut wenn wir eine erhöhte machen das würde nicht mehr gehen okay hier muss die Autobahn lang führen es hilft nichts es hilft alles nichts die muss hier lang eigentlich müssten wir es nochmal abreißen aber jetzt haben wir auch schon Abwasser da und Alkohol drin gut ich meine der Strom und Dings das wäre okay aber andererseits ist auch blöd wenn hier die können wir die über Stelzen hier drüber fahren lassen machen wir mal 20 Meter nein wir könnten aber gucken ob wir eine mit breiteren Dingern Pfeiler 42 ich glaube das das höchste was geht nee 77 Meter okay was ist mit 77 Metern kommen wir da irgendwie rüber sieht nicht so aus ja das ist schlecht da habe ich nicht dran gedacht da habe ich nicht mehr dran gedacht deswegen baue ich mir die normalerweise vor was wir machen könnten die über den Tunnel mal drunter führen lassen vielleicht genau dass wir sagen hier der Autobahntunnel eh unter den Schienen ist vielleicht gar nicht verkehrt das wäre das so plan und der muss auf 20 Metern am besten runter damit er unter den Kabeln lang läuft und den anderen Sachen dann können wir den doch auch direkt hier laufen lassen und hier dann rauskommen lassen und der kommt hier da ran oder okay dann reißt er gleich alles ab das ist ja krass Höhenunterschied kein oder halt gerade Winkel gerade dass wir da so an die Ecke rankommen vielleicht ja ich glaube das ist besser oder hier halt rankommen dann dann kann man hier wie wir hier bauen wir ein Autobahnkreuz quasi das gut weil hier stören wir keinen hier ist noch ein Viertel dann gehen wir unten drunter da können wir auf und Abfahrten bauen und dann hier nach drüben kommen ich setze es mal es kann eh nicht gebaut werden weil glaube ich kein Anschluss dahin existiert genau aber dann haben wir nämlich das erstmal behoben aber ich glaube es gibt ein Problem man kann von einem Tunnel aus nicht abgehen nicht ich kann nicht ein Tunnel vom Tunnel abgehen lassen ja okay das ist ein Thema das ist kacke das ist richtig blöd das müssen sie unbedingt kriegen dass man von der Brücke abgehen kann mit Anfahrten oder dass man von Tunnel mit Anfahrten rangehen kann so das wäre auf jeden Fall Gold wert dann müssen wir den Tunnel anders planen weil dann müssen wir hochkommen nachdem wir hier waren okay also Tunnel erstmal auf machen wir dann auf 15 dann müssen wir nicht ganz so tief runter Gesamtlänge 120 Meter 15 so würde ich hier kurz rauskommen wenn es geht dann ein Stück für Auf- und Abfahrten und das passt nicht mit der Brücke Aber dass er mal alles abreißt nervt tierisch wäre irgendwie cool wenn er nicht alles abreißen würde wäre vielleicht eine Überlegung wert Spiel also nochmal 15 110 so dann direkt hier raus kommen dann Stück Straße und dann wieder direkt in den Tunnel klappt das 15 Meter würde gehen und hier können wir oberirdisch theoretisch wieder hin wir müssen ja nur das einmal unter unter wandern sodass wir vielleicht auch mit Sachen rüber kommen können und dann können wir hier ganz normal ran dann können wir da zur Not nämlich eine Auf und Ab Fahrt machen mal gucken ob wir das hinkriegen so achso die muss ja doppelt spurig werden nicht wahr der Tunnel stimmt das heißt warte mal der fährt in die Richtung später das heißt von hier möchten wir eigentlich eine Auffahrt dann hierhin und eine Abfahrt nach dahin okay das ist jetzt nicht hübsch und gerade das kriegen wir noch mal besser hin okay ein Stück weniger theoretisch möglich jetzt ist die Frage kriegen wir den Tunnel für die andere Richtung oder kann Tunnel nur parallel geht geht parallel beim Tunnel nicht anscheinend okay wir wissen 100 Meter hatten wir hier hier weiß ich nur nicht wie weit wir gegangen sind bis hier man schwer ja ich bis hier und dann hoch ja okay dann hier wieder runter okay nur die Auffahrten kann er nicht ja das waren wieder 100 Meter nicht wahr und dann das kann aber beim rausgehen kann es aber beim reingehen kann es nicht sehr merkwürdig ja aber das würde gehen und dann das gleiche spielchen auf der seite what 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 pardon what das ist ein verbindungs ding weg damit ich wundere mich schon die ganze zeit was will er von mir aber okay der kann ihn nur so krumm machen dann halt von hier ein bisschen mehr eins weiter okay so bis da und dann warum kann das schöner ran auf der seite warum ist das ein unterschied ah weil ich den parallel modus anhabe jetzt weiß ich was der unterschied ist danke weg damit ja okay dem wollen wir hier ja gar nicht dann lieber so ja so das heißt wir haben die autobahn mit ne auffahrt geplant dann können hier nämlich ein paar fahrzeuge rein und raus und wir können drunter und drüber gehen wir hätten auch eine brücke machen können natürlich ich glaube eine brücke wäre komplizierter geworden ich habe auch noch nie tunnel gebaut muss ich gestehen also im ganz ganz frühen spiel das heißt ich weiß nicht wie die sich verhalten werden aber okay ihr habt strom inzwischen ihr habt strom ihr habt wasser ihr habt abwasser sehr gut ich weiß gar nicht was die da noch buddeln äh achso okay der füllt sich gerade nur mit abwasser also ihr habt theoretisch abwasser das heißt theoretisch können hier gäste reinkommen ich sehe aber dagegen ganz wenig gäste hin dann brauchen wir da auch nicht so viel arbeitskräfte wir haben sehr wenig arbeiter übrig das heißt da müssen wir uns die nächsten male drum kümmern aber keine arbeitskräfte die nicht zu hause wohnen also 21 jährige ohne eigene wohnung gibt es nicht achso hier müssen wir wieder sagen Bau fortsetzen und priorität hochmachen der bitum läuft voll treibstoff läuft hier voll und ja dann müssen wir hier irgendwo in der stadt ein treibstoff lager vorsehen ein ziemlich zentrales vielleicht hier hinter weil hier will ich eigentlich nichts hinbauen hier ist die autobahn das ist eigentlich ganz praktisch das heißt entweder fährt man von hier dann ab oder man fährt von hier auf okay oder halt genau umgedreht da ist natürlich die frage wo kommen dann die ja straßen hin das heißt hier muss man vielleicht doch eine brücke vorsehen ups dass die irgendwie die seite wechseln können an der stelle weil die eine brücke wäre zu wenig hier haben wir eine unterführung das ist gut da haben wir eine zweite straße und hier haben wir eine dritte straße also die seite ist gut abgedeckt die natürlich nicht die straße hier muss mit einer brücke rüber da müssen wir also auch schon was plan irgendwie zack so und dann mit einer brücke irgendwie rüber dass wir hier rüber kommen genau und hier können wir auch noch vorbeigehen so und hier haben wir jetzt auch noch das Privileg nicht wir können hier mit den Schienen vorbei hier muss nämlich auch noch einen Bahnhof und sowas vorgesehen werden ein paar Lehremodus ist aus ich setze mal dann vergesse ich sie nicht und ja das sieht doch alles schon schon recht brauchbar aus für Infrastruktur und ich würde sagen wir sehen uns zur nächsten Folge wieder bis dann